Kyd Lün Jena verplappert sich, Kylis und Kims Babys da? Konnten zwei dekadassian Jena-Schwestern ihre erwarteten Kinder schon auf der Welt begrüßen? Seit Monaten ranken sich die Gerüchte um Kylia Jena, 20. Die Bautzi und ihr Schatz Travis Scott, 25, sollen dieses Frühjahr zum ersten Mal Eltern werden. Ihr Rückzug aus der Öffentlichkeit und der dadurch verschuldete Mangel an Bauchpicks sorgten bei den Fans der jungen Unternehmerin bereits für die wildesten Spekulationen. Eine könnte jetzt durch Papa bestätigt worden sein, in einem Interview plauderte Kyd Lün Jena, 68, über ihre Enkelkinder und leistete sich einen Versprecher, der sogar Kim Kardashian, 37, betraf. Sind und Babys etwa in Wirklichkeit schon auf der Welt? Der Transkinder-Star erzählte in der Piers Morgan-Liefe-Stories-Show über seine Großfamilie. Auf die Frage, wie viele Enkelkinder Kyd Lün habe, antwortete das Model, ich habe 12. 13 Enkelkinder. Zählt man in Ruhe nach, ist die 68-Jährige jedoch nur die Oma von elf Sprösslingen und drei weiteren Anreisenden. Ein Zwölfter Nachwuchs würde jedoch bedeuten, dass auch Küken bereits Mama geworden ist. Auf weitere Nachfragen wollten nicht antworten. Aber es kommt noch dicker. Würde man der verwirrten Großmutter auch das Dreib sehen? Enkelkind glauben, könnte auch drittes Kind bereits auf der Welt sein, die mittlere Kardashian und ihr Mann Kanye West, 40, erwarten mithilfe einer Leihmutter ihren nächsten Familienzuwachs und zwar schon im Januar. Was meint ihr, sind die neuesten Kardashian jener Babys schon heimlich geschlüpft? Stimmt unten ab. Bis zum nächsten Mal. domains